Musik Herzlich Willkommen in Finchys Welt zu einer weiteren Ausgabe von Finchie zeigt uns, euch was. Seit dem letzten Jahr, seitdem ich hier die ganze YouTube-Geschichte angefangen habe, habe ich sehr viele neue Spiele und neue Spielearten kennengelernt und ich wurde auch ein bisschen offener für neue Sachen und die ganzen Kunstspieler, die in letzter Zeit rauskamen und ich habe mit den Musikspielen angefangen und was es sonst noch so alles gibt, was ich vorher nicht gemacht habe. Und es gibt so viele Leute bei YouTube, die Spiele empfehlen und Berichte über Spiele bringen und so haben und oftmals sind da Sachen bei, die ich selber noch gar nicht kannte oder nicht kenne und so war es vor kurzem auch wieder. Ich habe ein Video gesehen zu einem Spiel von Ubisoft, nämlich Child of Eden. Und zwar ging es mal wieder um Rainer Schauder, der hat das ganze Spiel nämlich vorgestellt und momentan ist Child of Eden für 9 Euro zu haben und das war so ein guter Preis, da musste ich einfach zuschlagen. Child of Eden, wie kann man das am besten kurz vorher erklären? Ich habe es nämlich nochmal ganz kurz angespielt gestern. Child of Eden ist im Prinzip eine Art Raygun-Shooter. Es gibt zwar eine kleine Story, die erzählt wird, aber die ist wohl eher so ein bisschen nebensächlich. Gameplay gibt es eigentlich auch nicht groß. Es gibt halt Tasten, mit denen man so ein bisschen rumfeuern kann. Das werde ich mir aber gleich dann sehen. Und ansonsten ist das Ganze nur eine... Ihr kennt doch sicher diese ganzen Grafik-Demos, diese Benchmark-Tests und so, die es da auf dem PC gibt und so ähnlich. So eine Grafik-Demo ist es auch nur. Natürlich etwas in etwas besserem Gewand noch, weil es halt ein komplettes Spiel ist. Und als es damals rauskam, kostete das 50 Euro. Das wäre mir wahrscheinlich viel zu viel gewesen, aber diese 9 Euro dafür habe ich mir jetzt dann mal geholt und mal reingeguckt. Und bevor ich jetzt hier noch weiter rumschwafel und ihr euch gar nicht vorstellen könnt, was das Ganze überhaupt sein soll, schauen wir einfach mal rein ins Gameplay. Und ja, ich würde sagen, ich sehe mal meine Kopfhörer an, bevor ich hier komplett aus dem Konzept gebracht werde. Das Ganze wird so ablaufen. Ich spiele ein bisschen. Ich werde auch etwas dazu erzählen, aber ich werde auch ab und zu mal meine Schnauze halten, damit ihr das ganze Prinzip vom Spiel überhaupt verstehen könnt. Wir fangen mal an. Mal gucken. Spielen. Momentan können wir hier nur das erste Level spielen. Ich hoffe, ich muss nicht ganz von vorne anfangen, aber ich befürchte, dass Schuhmensch das da unten sehe. Denn ich habe gestern nur mal hier angefangen, aber noch nicht sehr weit. Dann hatte ich den ersten Abschnitt fertig mit dem Tutorial. Das nervt nämlich ein bisschen. Und habe im zweiten dann ausgemacht. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht wieder. Ich muss wieder ganz von vorne anfangen. Das war doch klar. Naja, was soll's? Fangen wir ganz von vorne an. Ich hoffe, das Tutorial. Ich werde das einfach überspringen, und das kann ich euch selber ja so erklären. Ihr seht, in der Mitte ist jetzt hier... Es geht schon los. Es geht schon los. Ja, ja, zurück zum Spiel. Ihr seht jetzt dieses kleine Fadenkreuz, was ich hier habe. Damit fahren wir im Prinzip, wir halten X einfach gedrückt und fahren über diese Gegner, die hier so auftauchen drüber. Und sobald wir die alle markiert haben, lassen wir los. Und der schießt automatisch auf alles, was sich da so bewegt. Beziehungsweise auf das, was ich markiert habe. Na komm. Geh kaputt. Dann haben wir auch noch, auf Viereck haben wir hier diesen, diesen komischen, ja. Mein Leben, genau das ist unten rechts. Wir haben ja diesen roten Schuss, den habt ihr gerade gesehen. Dieser hier. Und alles, was wir hier machen, macht irgendwie Geräusche. Und wird ins Spiel eingebunden. Das heißt, was hier kommt, das bin ich, wenn ich die Gegner abballere. Und die kleine Snare, oder was, wie man das bezeichnen soll, das kommt durch den Tracer, durch den roten Scheiß, ich meine, ich sage, den roten Laser da. Den hier. Und das war es im Prinzip schon. Genau. Die Regenerationsobjekte, mit denen können wir halt logischerweise unsere Lebenspunkte wieder auffüllen. Da müssen wir einfach nur drauf schießen. dass wir die aktivieren können. Und das war es schon im Großen und Ganzen. Ist das nicht fantastisch? Und dafür bezahlt man 50 Euro. Gut, okay. Wenn jemand auf sowas steht, warum nicht? Aber das ist ja nun schon auch ein bisschen her. Die 50 Euro, das war halt beim Release. Und mittlerweile, wie gesagt, ich glaube, für die Xbox kostet es sogar nur 8,40 Euro. Und für die PS3 9,90 Euro oder so habe ich bezahlt. Dafür kann man sich das echt mal reinziehen, oder nicht? Ja, ja, Euphoria. Euphoria, damit kann man irgendwelche Mega-Attacken machen, die die Viren da dann angreifen. Das Ganze, was wir hier haben, sind ja Viren. Die Story ist eigentlich auch relativ schnell abgefrühstückt, zumindest halt den Einstieg davon. Es geht nämlich hier um eine... Ist das eine künstliche Intelligenz? Auf jeden Fall gibt es hier irgendwie so ein Mädchen, Lumi, was halt im All geboren wurde. Und man muss halt jetzt irgendwie dieses Mädchen da retten. Das Mädchen ist halt irgendwie in Eden. Also das heißt Child of Eden sozusagen. Und man muss jetzt Lumi retten, indem man Eden rettet. Irgendwie so. Ist noch ein bisschen wirrisch, ich habe noch nicht so ganz verstanden. Irgendwie ist das Internet für die... Das Internet ist so groß hier an diesem Spiel, dass doch sämtliche Informationen der Welt abrufbar sind oder sowas. Ist ein bisschen Banane gewesen am Anfang, die Erklärung dazu. Ja, der Tracer und Lila Ziele, genau. Lila Ziele können wir nur mit dem Tracer zerstören. So sieht es aus. Und deswegen machen wir hier mal ein bisschen Snare Action. Ja, diese rosa Dinger, die jetzt hier auf uns zugeflogen kommen, das sind halt Geschosse von den Gegnern. Die können wir doch nur mit dem Tracer abballern. Ist schon ziemlich abgefahren, das Ganze. Nein, komm. Ja, ballern mal auf alles, was sich bewegt. Und ich halte mal kurz für diesen Kampf hier noch die Schnauze. Woo! Damit ihr ein bisschen was von der Musik hören könnt. Ja, ihr seht, wenn man hier pennt, ist man direkt am Arsch. Das hier ist nämlich jetzt sozusagen sowas wie ein Endboss. Der kommt jetzt gleich, wenn man das hier kaputt hat, diese Wand. Ich hoffe, die Aufnahme klappt diesmal. Gestern hatte ich das Ganze schon mal versucht und da ist das irgendwie abgekackt. Ich hoffe, mein HD-Päffer hat einen kleinen Weg, das wäre ein bisschen schade. Da seht ihr es. Da ist jetzt quasi unser erster Endgegner, der da kommt. Na, wo ist er denn? Direkt die rosa Dinger vernichten, damit die nicht bloß nicht treffen. Man hört auch immer, wenn diese komischen Geschosse von den Gegnern, wenn die auf einen Zug kommen, das hört man immer. Denn man wird dieses komische Rauschen lauter. Ich werde aber versuchen, es gar nicht so weit kommen zu lassen. Yeah, bam, geht kaputt. Oh, scheiße. Ja. Für alle, die das jetzt noch nicht checken, was hier gerade abgeht, ich kann es euch auch nicht erklären. Keine Ahnung, was das Ganze genau soll. Das habe ich auch nicht so durchschaut. Na ja, ich denke mal, es soll einfach ein Spiel sein, in dem man sich ein bisschen fallen lassen kann oder ein bisschen was Abstraktes erleben kann. Da muss jeder für sich selber entscheiden, ob das was für jemanden ist oder nicht. Vom Schwierigkeitsgrad her, momentan ist das ja noch relativ Kindergeburtstag, aber das wird sich im Verlauf wohl noch ändern, so wie ich das mitbekommen habe. Muss ja auch, weil sonst wäre das ja relativ sinnfrei, so ein Spiel zu spielen, wenn es auch noch total einfach ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Japan tierisch gut ankam, dieses Spiel. Nein, es ist jetzt... Oh, da war ich mir zu langsam. Und da bin ich gestern mal gefragt, an diesen komischen Wänden, die da kommen, da war ich jedes Mal nicht schnell genug. Oh Mann, das ist aber auch flott hier. Musik wird auch mal flotter. Also wäre es so ein Trance-Kram steht hier. Ich weiß gar nicht, wo ich bin, wo unten ist. Ist das krank. So stelle ich mir einen LSD-Trip vor. Boah, das war verdammt knapp. Das sieht mir schon wieder arg nach End-Boss aus. Achso, okay. Jetzt sehen wir, es hat rumschwirft. Was geht in die... Ziemlich crazy, oder nicht? Es gibt ja noch mehr solche Spiele mittlerweile, die hier auf, so mit Musik und so einem Kram, dass man da selber quasi die Musik macht, indem man da irgendwo rumschießt oder so. Da gibt es ja wirklich mehrere von mittlerweile. Gibt es zum Beispiel auch The Impossible Game, falls ihr das kennt, das ist mal was ganz anderes. Das ist nämlich so ein... das ist ziemlich schwer. Deswegen heißt es auch The Impossible Game, logischerweise. Habe ich auch mal vorgestellt in so einer Art Quickie-Format, was ich hatte. Ich glaube, Finchie zeigt 10 war das damals. Tut aber hier nichts zur Sache und ich weiß auch gar nicht, warum ich das erzähle. Komm, Mist, Sau da vorne. Habe ich nicht eben gesagt, ich höre wieder auf jetzt hier, weil das eigentlich reicht? Jawohl. So, das sieht jetzt aus wie eine Arena und wir drücken mal Pause und ich komme mal wieder ohne Kopfhörer zu euch. Also jedes Mal, wenn ich das spiele, das heißt jedes Mal, es ist jetzt zum zweiten Mal quasi gewesen, man muss sich wirklich darauf konzentrieren, weil man sonst total aus dem Konzept gebracht wird und man muss sich konzentrieren darauf, wo man hinschießt und was man schnell als erstes wegballern muss. Also ich denke mal, wenn der auch der Spielerskeitsgrad später noch arg anzieht, dann wird das für mich irgendwann unmöglich sein, denn solche Sachen, das ist so ein Asiaten-Ding, finde ich. Ich glaube, die Japaner, die werden das mit blinden Augen, blind quasi durchspielen können, so ein Spiel. Für mich ist das irgendwann wahrscheinlich nicht mehr machbar. Was haltet ihr davon, von solchen Spielen? Mich würde es freuen, wenn ihr da in die Kommentare schreibt, ob ihr euch das holen würdet oder nicht, für 10 Euro. Wie gesagt, schaut mal rein und sagt mal eure Meinung zu diesem Spiel. Ich bin total durcheinander gerade. Bis zum nächsten Mal, ich bin raus. Tschüss. Tschüss.